Hallo ihr Lieben, hier ist Tristan Schmeier, Vater Apocz, beziehungswohl Schlussfolge. Heute reden wir mal mit etwas heikles Thema und zwar so mein Partner und ich, wir haben völlig unterschiedliche politische Ansichten, ist da schlimm, vorab schon mal, es gibt eine Liebesche Party in Hamburg dieses Jahr, sorry, die Kamera fokussiert wieder irgendwie nicht richtig, muss mich irgendwie mal anders einstellen und zwar am 22. November findet ihr unter Veranstaltung auf liebesche.de, kommt gerne wieder zahlreich, wie die anderen Jahre auch, ist ja immer so ein bisschen Community-Treffen und in der Speicher statt wird bestimmt richtig cool. Ja, bevor wir jetzt mit dem Video anfangen, also auf meinem Kanal ist jeder willkommen, der sich mit seinen Beziehungsmustern oder Datingmustern oder sonst welchen psychologischen Mustern auseinandersetzen will, gleich welcher politischer Couleur, ich finde das immer ein bisschen schwierig. Ja, manchmal sehe ich in Bayern immer irgendwie so eine Hausarztpraxis, da ist ein riesiges Banner drüber, Praxis gegen Rechts, also ich weiß, also ich verstehe ja diesen guten, also diesen wahrscheinlich, diesen Impuls, aber ich weiß jetzt nur, weil jemand irgendwie, man ist, wieso ist Rechts überhaupt schon automatisch was Negatives, das weiß ich immer nicht. Rechtsradikal, okay. Und dann, ja, da kommt jetzt jemand, der AfD wählt und den willst du dann nicht behandeln oder was? Weiß ich nicht. Also finde ich, finde ich ganz schwierig, solange es vor allen Dingen noch alles auf dem demokratisch gewählte Parteien sind. Schwierig. Aber gut, ich verstehe natürlich den Schmerzpunkt da. Hallo Christian, vielen Dank für deine wunderbaren Videos. Ich möchte dir gerne mal meinen Fall schildern und bin gespannt, was du dazu sagst. Mein Partner und ich sind beide in den 50ern. Wir sind über sieben Jahre zusammen. Ich habe einen Sohn aus meiner Ehe mit einem bindungsängstlichen, sehr schwierigen Partner. Mit diesem gab es zahlreiche Konflikte, bei denen mich mein Freund immer sehr unterstützt und den Rücken gestärkt hat. Mein Partner ist ein sehr liebevoller Mensch und Vater in einem hilfenden Beruf, der mit Menschen, die ihm anvertraut sind, gerade mit Älteren sehr freundlich umgeht. Wir verstehen uns auf vielen Ebenen sehr gut, teilen gleiche Interessen, Bekanntschaften und Humor und auch der Bettsport ist harmonisch. Also, alles gut. Und sieben Jahre, das haben wir fast selten, solche Mails. Auch das Kennenlernen war eine wunderbare Zeit. Wir haben uns langsam angehen lassen und erst später unsere Kinder mit einbezogen. Das klappt alles gut und auch unsere Familien sind okay damit. Wir führen eine Fernbeziehung, sehen uns aber fast jedes Wochenende. Nun zu meiner Frage. Seit einiger Zeit stört mich etwas massiv, was ich eigentlich schon seit einigen Jahren wusste. Eigentlich wird das Problem für mich immer größer. Mein Freund und ich haben weltanschaulich ziemlich unterschiedliche Ansichten. Zwar finden wir die aktuelle Politik beide nicht gut. Tatsächlich. Naja, egal. Habe ich dann gleich in der Zeile versprungen hier. Und sehe noch viele Entwicklungen eh nicht kritisch, aber die Schlussfolgerungen sind unterschiedlich. Ich orientiere mich eher an einem christlich-humanistischen Menschenbild. Er ist sehr konservativ und in letzter Zeit sogar der AfD nicht abgeneigt. Ja, also ich erzähle an der Stelle immer gerne eine Geschichte. Ich war ja früher Jugendgruppenleiter. Also erst als Teilnehmer von 10 bis 17 und dann von 17 bis 25 Leiter. Also Jugend, Kinderfreizeiten, Jugendfreizeiten am Ende. Und in der letzten Jugendfreizeit, die ich gemacht habe, vorher gab es das Problem gar nicht. Waren halt Jugendliche dabei, ja, die Baseballschläger geschnitzt haben, schwarz-rot-gold angemalt. Also so trägernde Sachen halt so. Und ich weiß noch, und wir mit unserer linksbürgerlichen Erziehung aus den 80ern, wisst ihr ja, wie das so war, dann, oh Gott, ja, geht ja, also natürlich, es ist total provozierend, geht ja gar nicht. Und wenn das weitergeht, brechen wir das Lager ab. Und ja, und nach einer Woche standen wir, war die Stimmung komplett zerstört. Und ja, ich kurz vorm Abbruch, so hat es auch noch nie vorher gegeben. Und dann haben wir gedacht, nee, so kann es echt nicht weitergehen. Und dann haben das, haben versucht, einfach mal wieder mit den entsprechenden Jugendlichen zu reden und mit denen Zeit zu verbringen. Und da man nicht immer so erhobener Zeigefinger, böse, böse. Und oh Wunder, es war auf einmal, ja, wurde die Stimmung besser. Die haben auch nicht mehr so komischen Sachen gemacht. Und es war letztlich dann noch ein super Ferienlager geworden. Und für mich war das wirklich eine Lektion fürs Leben, dass so, du musst mit Menschen wirklich reden. Du kannst ja anderer Meinung sein. Wobei, wie gesagt, ich finde, es gibt so eine komische Kultur in Deutschland oder in vielen Ländern, dass so, nur weil jemand konservativ ist, ist es automatisch böse und unchristlich. Ich weiß nicht. Also ich glaube, da brauchen wir immer, ich glaube tatsächlich, und das könntet ihr auch leisten in eurer Partnerschaft, dass das von hier miteinander reden muss und dass man Dinge halt sehr unterschiedlich sehen kann. Und wenn dann, wie die ARD, was ich gehört habe, ich habe es nicht selber gesehen, so eine Sendung macht. Ja, die 100 liest die, glaube ich, wo dann nur rumgehackt wird, wieder auf Leuten, die vielleicht nicht so links vogue wählen wollen oder wie auch immer. Ja, und dann so mit Laien, womöglich, es wird denen ja vorgeworfen, mit Laien-Schauspielern, wo einer sogar, und mit, habe ich zumindest gelesen, ich weiß nicht, ob es stimmt, Teilnehmern von politischen Parteien, von der SPD und so, ja, wo der sozusagen dann erst wollte AfD wählen und danach will er nicht mehr AfD wählen und dann wird ein Haus der Demokratie gebaut. Dann denke ich mir, Leute, wen wollt ihr damit verarschen? Also warum können denn die Öffentlich-Rechtlichen nicht irgendwie neutral sein? Ich verstehe es wirklich nicht. Aber gut. Und dann kommt ja noch dazu, über die Lebensspanne, kenne ich zumindest, sieht man vielleicht auch Dinge sehr unterschiedlich. Also mit 20 sieht man sich vielleicht anders als mit 50 und das ist ganz normal und deswegen ist nicht eins besser oder schlechter. Und da muss man auch dazu sagen, dass viele Leute fühlen sich nicht mehr repräsentiert von unserem System, also vom Parteien-Spektrum, sage ich mal, und auch nicht mehr von der CDU, was weiß ich. Und haben das Gefühl, sie würden gern was anderes wählen und dann gibt es aber nichts anderes. Also ich denke schon, dass viele AfD-Wähler sind jetzt auch nicht, ich muss sagen, ich würde für sich das so sagen, das ist nicht automatisch rechtsextrem, sondern, also ich würde die jetzt auch nicht wählen, das ist keine Sorge. Aber ich, man muss mit denen reden, warum? Also ich finde, ich sehe das ganz wie Harald Schmidt, wenn es eine Politik gibt, wo viele meinen, dass die AfD wählen müssten, dann sind nicht irgendwie automatisch die Menschen falsch, sondern ist die Politik falsch. Also das ist meine Meinung so, solange es demokratische Parteien sind und die gewählt werden, ist es letztlich Demokratie. Ich weiß nicht, das ist eigentlich einmal eins der Demokratie, finde ich, aber naja. So, er hat zwar geäußert, dass er sie noch nie gewählt hat, allerdings ist das nicht auszuschließen. Auch würde er nicht ausschließen, zum Beispiel vor einem Flüchtlingsheim zu demonstrieren. Medien wie ARD und ZDF misstraut er. Ja, das ist, ich sage, wenn man sich vom Parteien-Spektrum nicht repräsentiert will, da wird man sich auch von öffentlich-rechtlich nicht repräsentiert. Ich meine, das ist einfach ein Phänomen in vielen Ländern, glaube ich. Das sind halt bestimmte Leute, die auf eine bestimmte Art groß geworden sind, die bestimmte politische Einstellungen haben, die aber viele nicht teilen, so, ne. Und ja, von Flüchtlingsheimen, ja, ich verstehe den Trägerpunkt. Also erst mal ist es ja auch noch nicht passiert. Und auch da, weiß ich nicht, das ist, vielen ist eben zu viel Migration, so, ne. Und ich rede auch mit vielen. Ich habe auch so, da, wo ich Sport mache, sind auch viele Leute, Migrationshintergrund, selbst die sagen ja, selbst die, die migriert sind, sagen ja, es ist so viel Migration. Also, das ist, und das ist ja auch nicht mehr so ein Ding, früher hat man immer gesagt, die Alten, tatsächlich, ich habe mal so eine, ich glaube, das war ein Brandenburg-16-Jährige oder 16- bis 18-Jährige oder so, die eigentlich gar nicht wählen dürfen, glaube ich. Aber bei denen sind die Grünen von, äh, 26 Prozent auf 5 Prozent, oder? Und, ähm, die wählen mehrheitlich AfD, glaube ich. Kann ich jetzt auch nicht mal auf die Alten schieben immer, ne, auf die Bume, ne. Also, ja, irgendwas, äh, passt da scheinbar nicht. Und auch da würde ich sagen, äh, er will ja demonstrieren, er will ja nicht, äh, also ob das jetzt eine gute Idee ist, vor dem Flüchtlingsheim zu demonstrieren. Ich weiß aber auch nicht, ob es eine gute Idee ist, ähm, die hier eine Palästinenser-Demo nach der anderen, äh, vor, vor jüdischen Einrichtungen in Berlin. Ist das eine gute Idee? Ich glaube nicht. Äh, ja, okay, da kann man drüber reden, aber, aber reden sollte man, ne. So. Ähm. So, er schaut, äh, gerne Alternativ-Medien und liest Bücher zum Beispiel von Sarrazin. Ja, also ich, was soll ich dazu sagen? Also, also wo es bei mir aufhört, ist dieser ganze Bereich, äh, Verschwörungstheorien. Also, dass das, also, äh, da ist bei mir wirklich, ich kann es einfach nicht ab, wenn, ich soll übrigens einfach mal ein bisschen auswohlen, ist ja auch, äh, ich mache ja auch genug fokussierte Videos hier, ich hole es einfach mal ein bisschen aus. Wenn ich da sehe, ein Bild von, ähm, hier, äh, SpaceX, hier haben wir vier, Weltraumspaziergang, vier Leute ins All geschickt und sieht da Fotos, wie die da aussteigen vor der, vor der Erde und dann, äh, postet das jemand auf Social Media und schreibt, ja, scheinbar ist die Erde ja doch rund, so aus Ironie und dann schreiben da 20 Leute drunter, nee, das ist ein Fischaugenobjektiv und das ist, nein, das ist CGI, TGI und das ist, und guck mal und wir werden verarscht. Also, wenn, wenn wir so diesen Weg gehen, dass, dass, ähm, dass, ähm, dass, dass Wissenschaft nicht mehr zählt und dass wir nicht auf dem Mond waren und das, äh, und, und dann diese 9-11, ich, 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 ist wieder alles voll mit Verschwörungstheorien, ich, 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 und auch diese Covid-Zeit, das hört ja nicht auf, dass das immer wieder, ich denke immer, Leute, ich weiß nicht, guck dir mal nach vorne, habt Spaß, äh, geht auf eine Party, ey, oder lass dieses, dieses Verschwören mal bleiben. Also, wenn das mit alternativen Medien gemeint ist, das wird mich, also, auch da, ich finde, jeder kann lesen, was er will, aber, also, zu dir gleich persönlich kommen wir gleich nochmal, ähm, das wäre für jetzt, jetzt nur meine Meinung, für mich auch ein harter Träger irgendwie, ne, aber da kommen wir ja auch, was weiß ich, also, ihr wisst, diesen ganzen Kram, das ist auch, auf meinem Privatkanal war da auch viel, viel Kommentare so, ähm, ja, wir werden alle verarscht und wir werden alle, und, ach, es ist, also, natürlich gibt es viel Teutsch, das wissen wir ja auch, sehen wir ja auch in Beziehung, es gibt viel Täuschung, es gibt viel Lüge, aber, äh, mit, äh, nee, die, ich weiß auch gar nicht, ja, dann ist die Erde flach, wir hätten was davon zu sagen, die Erde ist rund, weil die Erde flach ist, also, ich, ich verstehe es einfach nicht, aber gut, und Sarrazin, ja, ist gepfefferte, ehrlich gesagt, kenne ich seine Literatur jetzt nicht so, aber er glaubt, gepfefferte Meinung, aber er ist ja, glaube ich, noch nicht mal so ein Schwurbler, ähm, ja, ich kann verstehen, dass einen das triggert, und es ist schön, wenn man die gleichen politischen Meinungen hat in einer Beziehung, äh, andererseits ist das vielleicht auch, ähm, eine gesellschaftliche Aufgabe, aber die, die ihr jetzt aber nicht leisten müsst, ähm, mal wieder ins Gespräch zu kommen, ne, einfach so, ne, äh, so, ich habe zunehmend den Eindruck, dass er alle Probleme dieses Landes nur auf das Migrationsproblem zurückführt. Ja, also sicherlich haben wir viel mehr Probleme, aber wie gesagt, das ist ja eine politische Meinung, das müssen wir hier auch nicht diskutieren, ähm, und, äh, ich meine, objektiv ist es sehr viel, und vor allen Dingen in bestimmten Städten, und, aber klar, alle Probleme bestimmt nicht, aber, ja, ich glaube, für viele Menschen ist es schwierig, also wenn man jetzt sagt, es ist mir eigentlich zu viel Migration, das darf man ja, das ist nicht, äh, verboten, so, ne, und dann sieht man so, dass die Partei, die eigentlich am meisten reingelassen hat, das war jetzt aber gerade eine eher rechte Partei, die CDU, ja, da kommen viele Leute in Schleudern, was macht man jetzt, so, ne, das, wie können wir das äußern, dass uns das zu viel ist, so, ne, und, ähm, ich finde ja auch, also ich, ich wäre, das ist jetzt meine Meinung, für ein modernes Einwanderungsgesetz, ähm, und ich bin auch der Meinung, jede Struktur braucht, äh, funktionierende Grenzen, so, ne, und, also jede Zelle hat eine Grenze, und du musst dir halt überlegen, ähm, wie viel möchte ich reinlassen, und wie viel möchte ich rauslassen, und wie, und wie findet dieser Ausstatt statt, das sehen wir ja auch in jeder Beziehung, das reden wir ja ständig über Grenzen, ne, und wenn Staat, ich meine, jetzt hat er ja scheinbar gehört, aber wenn Staat keine Grenzen hat, das ist wie, ähm, als wenn du ohne Grenzen datest, das ist, meiner Ansicht nach, nichts Gutes, egal, welche Menschen da jetzt reinkommen, hat mit den Menschen auch gar nichts zu tun, das würde ich bei jedem Staat sagen, und, äh, ich sage, ich habe ja schon mal ein Video gemacht, Deutschland ist co-abhängig, also, das sehe ich nach wie vor so, ehrlich gesagt, aber, gut, ich finde, man muss es einfach regeln, man kann es nicht alles so laufen lassen, aber, ja, da gibt es halt unterschiedliche Meinungen, so, weil es einfach viele Dinge gibt, ähm, die die Menschen sehr spalten, aber da kann man unterschiedliche Meinungen haben, ist total in Ordnung, man muss ins Gespräch kommen, so, ne. Eigentlich echt eine wichtige E-Mail, glaube ich, meine Befürchtung ist, dass er in einer Art Bubble lebt und vielleicht sogar unter einer Angststörung leidet. Nur weil jemand eine andere politische Meinung hat, hat er nicht automatisch eine Störung, so, ne, also, er macht sich halt Sorgen, ne, also, mal, gut, ich kann das jetzt natürlich, keine Glasgur jetzt, aber verstehst du, wie ich es meine, ne, und die Menschen, die konservativ sind, die sagen, ähm, die Linken oder die Liberalen, die sind in einer Bubble. Das ist halt so, wenn du eine ganz andere Meinung hast, denkst du, die anderen sind in einer Bubble, weil für dich ist es ja völlig klar, dass das richtig ist, aber das ist ja diese demokratische Arbeit, die wir leisten müssen, dass du denkst, du weißt, was richtig ist, aber du kannst halt nicht sicher sein, deswegen müssen wir unterschiedliche Meinungen tolerieren, also, das finde ich schwierig, so, ne, sag ich ganz ehrlich, würde ich nicht machen, ne, also, wenn das alles ist, was du an Futter hast, dass er da irgendwelche Angststörungen hat, weiß ich nicht, also, das, das würde mich anstelle deines Partners, würde mich das echt triggern, so, ne, ähm, wenn es ja nicht noch mehr gibt, vielleicht kommt er jetzt hier noch mehr, so, zum Beispiel hat er als Waffe einen großen, schweren Schirm dabei, wenn er Zug fährt, okay, ich verstehe jetzt, dass du das Gefühl hast, er ist übermäßig ängstlich, kann ich letztlich jetzt auseinander, E-Mail auch nicht rausbeantworten, weiß ich jetzt nicht, ne, er fühlt sich unwohl, wenn er Gruppen von jungen Arabern sieht, und, ja, ich glaube, dass, äh, ich könnte vorstellen, dass es viele gibt, die es gar nicht stört, vor allem, wenn die das gewöhnt sind vielleicht, äh, was weiß ich, sind Kreuzberg groß geworden sind, oder weiß ich nicht, ähm, und es gibt Leute, die stört's. Also, ich meine, es geht ja, da geht's ja nicht um, eigentlich geht's ja gar nicht um die Nationalität, sondern wie, wie, wie ticken die jetzt so, ne, also respektieren die meine Grenzen noch nicht, das ist ja die Frage, so, ne, also, kann ich mich da sicher fühlen, habe ich da einen Safe Space, wie man heute so sagt, das ist, die Frage ist ja nur dann zweiter Reihe, was ist das für eine Nationalität, das spielt, das ist so, es geht ja, die Frage ist ja, wie sind diese Menschen, kann ich mich da sicher fühlen, so, ne, ähm, von daher sollte man es vielleicht mal wegführen von Nationalitäten, so, aber, ja, wenn er sich da unwohl fühlt, fühlt er sich unwohl, ne, ich hoffe, ich verstehe das jetzt alles richtig, also, ich bin sehr für verschiedene Meinungen, so, ne, auf einer demokratischen Basis natürlich, ne, äh, stört mich auch, wenn er so abfällig, sogar fast hasserfüllt über grüne Politikerin spricht, äh, oder auch über den Islam, äh, äh, also hasserfüllt über Menschen sprechen, ist glaube ich nie eine gute Sache, aber, ähm, also, auch da ist es wieder so, ich meine, ich, früher ganz viel Grün gewählt, ich fühle mich auch nicht mehr repräsentiert von denen, nicht ansatzweise, ähm, und vielleicht gerade, wenn man mal das anders, ich weiß es nicht, ich versuche mich mal reinzusetzen, gerade wenn man es früher vielleicht mal anders gedacht hat, und sieht jetzt, was die machen, ähm, äh, ja gut, meinst du, ach, ist ja auch egal, ich fühle mich da gar nicht jetzt, äh, aber, ja, also wenn man enttäuscht ist von, von Politikern, und, ähm, und ich finde auch, dass, also ich finde ja, dass man so mit links, rechts, also das ist meine persönliche Meinung, das, das geht ja auch kreuz- und quer durcheinander, weil ich finde viele Sachen, wenn man so vorgeschrieben wird, wie man reden soll, wie man, äh, weiß ich nicht, äh, wie man vorgeschrieben wird, wie man Sachen sehen soll, ich finde, wir leben in einer schrecklichen, ähm, Politik, wo alles, wo man totreguliert wird, nichts darf man, wenn du ein neues Auto hast, setzt dich da rein und alles piepst, äh, weil du kannst nicht mal, die Alarme kannst du nicht mal abschalten, also, das hat für mich auch sowas, das hat auch, ähm, der, es hat mal einen ganz tollen Podcast gegeben von Lanz und, ähm, wie heißt der noch, äh, Precht, oder, ähm, und da habe ich auch noch weitere Podcasts von gehört und das, ähm, fand ich eine interessante Position, wo ich dann, wo es auch ganz viel zu gibt, dass eigentlich dieses Linke oft was Rechtes auch hat, ne, also dieses Eingrenzen oder dieses, dieses Ganze mit, äh, dass auf einmal Geschlecht so eine Riesenrolle spielt oder Biologie so eine Riesenrolle spielt, es hat auch sowas Rechtes, das geht auch so kurz und quer durcheinander irgendwie, ne, also das sieht man ja auch an so einer Partei wie Sarah Wagenknecht, äh, ich weiß nicht, wie gesagt, ich bin kein Politiker, wo man jetzt vielleicht erstmal gar nicht weiß, wo kann man die eigentlich einordnen, ist die Rechts, ist die Linkse, ja, ähm, schwierig und, ähm, ja, ich, also, wenn man jetzt ganz anderer Meinung, also ich finde, man sollte nie hasserfüllt über Menschen reden, aber man kann natürlich sagen, ich finde es schlimm und das ist, äh, die Politik und wenn du aber sagst, ich finde das ganz toll, also wenn man jetzt so, ich meine, ich kann aber die Grünen sagen, was sie will, aber sie führen das durch, was sie vorher gesagt haben, so, ne, und wenn man das jetzt besonders gut findet, mit, ähm, Diversität, also dass Diversität zum Vordergrund gestellt wird und, ähm, Atomkraftwerke abschalten, ähm, so, grüne Energiewende mit allem, positiv, negativen, ähm, letztlich auch, äh, hat mir auch jemand gesagt, diese De-Industrialisierung Deutschlands, ähm, aus Sicht der Grünen ist das ja vielleicht sogar was Gutes, wenn ja CO2 produziert, ähm, ja, kann man so und so sehen, aber ich verstehe schon, als Partner ist das sehr irritierend, wenn man, das ist wirklich, das ist echt ein harter Träger, ne, aber wie gesagt, ich würde das, ich würde sagen, es ist ein harter Träger, aber es ist, es ist jetzt nicht automatisch krank oder so, ne, das finde ich echt zu viel, ne, und, ähm, ja, Islam ist natürlich, also das, das lassen wir jetzt mal außen vor, das ist echt ein weites Feld, ein Islam, Islamismus, und, das lassen wir mal, dieser Hass und diese, ähm, und dieses Abfällige, das stößt mich total ab, mir sind Werte wie Mitgefühl und Toleranz sehr wichtig, ja, aber jetzt frage ich dich mal so ein bisschen, ähm, bist du denn tolerant, das ist immer so eine Sache mit der Toleranz, ne, das ist glaube ich auch, da gibt es auch irgendwie so ein, so ein Dreh für, so einen philosophischen, also wie toll, wie, wie tolerant, müssen tolerante Menschen gegenüber, Menschen sein, die sie nicht tolerant finden, so, ne, ich würde sagen, die ist richtig auf die Kette, aber trotzdem ist die Frage, wie tolerant bist du denn deinem Mann gegenüber, weil das habe ich damals gelernt in diesem Ferienlager, dass Toleranz eigentlich was anderes ist, als ich gedacht hätte, so, ne, Toleranz heißt es aber auch nicht, äh, dass man keine Grenzen hat oder so, ne, das ist, ist halt ein schwieriges, ist gar nicht so einfach, Toleranz herzustellen, ne, das wäre vielleicht mal Aufgabe für dich, was ist das eigentlich, Toleranz, ne, aber klar, Hass ist nix, schönes Namen, äh, jetzt für mich ist die Frage, ob ich mit so einem Mann, der gleichzeitig so liebevoll, aber auch so verbohrt ist, eine Zukunft planen kann, wir haben schon oft drüber gestritten, er fühlt sich nicht von mir so akzeptiert, kann ich verstehen, das wirkt so, als wenn dein Mann nicht mehr akzeptieren würde, als du ihn, klar, wenn du jetzt diesen Glaubenssatz hast, ja, aber ich bin ihm politisch, moralisch überlegen, ja, dann wird es schwierig, ne, dann bist du nicht tolerant so, ne, wir haben schon oft drüber gestritten, ja, ich bin aber der Meinung, dass man auch Dinge an seinen Partner durchaus kritisieren darf, ja, absolut, das darfst du, ja, er sagt zwar, dass er am Ende doch zu sehr an mir hängt, als dass er auf eine entsprechende Demo gehen würde, weil er das wüsste, dass mich das stört, muss man ja schon überlegen, ob das nicht ein bisschen co-abhängig ist, wenn er das nicht macht, also wenn er, aber will ich jetzt auch nicht unterstellen, also wenn er merkt, das ist für dich absolutes No-Go, ja, vielleicht ist es auch richtig, das da nicht zu tun, ne, mich schüttelt es aber schon allein, dass er uns in Erwägung zieht, ich muss auch sagen, dass es emotional etwas mit mir macht, ich habe das Gefühl, dass meine Gefühle etwas erkalten, und seine auch, was meinst du, da haben wir eine Chance, was können wir tun, bin wirklich gespannt, was du sagst, denn mir ist mein Freund sehr wichtig und ans Herz gewachsen, und der Gedanke, mich deswegen von ihm zu trennen, mit dem ich durchaus oft spiele, macht mich sehr traurig, er weiß, dass er für mich keine Option ist, mit einem, dass es für mich keine Option ist, mit einem Rechten zusammen zu sein, ja, mit einem Rechten, oder mit einem Rechtsradikalen, das musst du vielleicht auch mal klären für dich so, und darunter leidet ja auch er, ja, das verstehe ich, also, ich sage mal so, wenn es für dich ein Deeraker ist, dann ist es für dich ein Deeraker, wenn du sagst, es ist für mich nicht herstellbar, es triggert mich derart, dann ist es so, also, das kann ich dir jetzt nicht sagen, das kann dir niemand sagen, aber eine funktionierende Beziehung, deswegen über Bord zu werfen, das würde ich mir auch gut überlegen, und überlegen, ob es nicht doch eine Möglichkeit gibt, kann ja auch ein paar Therapie deswegen machen, oder so, aber warum wollen die einfach so, einfach mal ins Gespräch kommen, und zu versuchen zu verstehen, also ganz klassisch, gesprächspsychologisch, versuchen zu verstehen, wie nimmt mein Partner die Welt wahr, also er mit dir natürlich auch, dass er zu diesen Schlüssen kommt, einfach mal versuchen, also die wirklich, die erlebt ja auf verschiedenen Planeten, so, ne, und ich finde, man muss aber auch in einer Paarbeziehung nicht immer, muss nicht immer alles gleich sein, ne, und, aber ob das jetzt zu viel ist, oder ob es überbrückbar ist, also das musst du herausfinden, so, ne, aber ich würde mal so, würde mal über Toleranz nachdenken, ich, auch, wie gesagt, glaube ich, ein paar Sachen gesagt, und wirklich versuchen, mit dem Herzen zu verstehen, wie kommt er zu, und er dich natürlich auch, in deiner Position, so, ne, das gleiche, war gestern auch im Sommerhaus, hier mit vegan, nicht vegan und so, also, oder, naturheilkundlich, äh, Kinder behandeln, oder, oder Medizine, oder, äh, schulmedizinisch, und, also, da gibt es viele so Sachen, ähm, wo, die man überbrücken muss, und natürlich ist das schön, wenn der Partner, der auf dem gleichen Level ist, aber, äh, also auf dem gleichen Frequenz ist, aber eins sage ich euch ganz klar, ihr wollt alle keinen Partner haben, der hundertprozentig mit euch einer Meinung ist, das ist, das ist langweilig, ne, von daher, vielleicht bringt das Feuer an eure Beziehung, ähm, vergesst das Daten auch nicht, und, Dinge tun, die nichts mit Politik zu tun haben, ähm, ja, vielleicht bringt das ein bisschen weiter, vielleicht sehen wir uns auf der Librische Party, vielleicht auf der, Lesung in Berlin, vielleicht auf dem Vortrag in, 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 Leipzig, vielleicht kommt ihr in meine, Ausbildung rein, vielleicht ruft ihr noch, den Kurs, äh, Breaking Good, Antitrauma, Tours, zum kleinen Tee, zum Prübererpreis, und wir sehen uns wieder, ciao lieben, und bleibt friedlich in den Kommentaren, ne, mit looked and Whoa. Musik 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 Vielen Dank.